Die Abrechnung im Ring Max Rivers, ein heruntergekommener Kickbox-Champion Und Caroleo, der Chef eines verbrecherischen Box-Syndikals Ein besser Kämpfer ist am Ende Als Max die Wachtenschaften der Gangster zu stören beginnt, gerät er richtig in Schwierigkeiten Wer bist du? Ich kenn den Mann, ich hab ihn schon mal gesehen Aber meine Mutter hat mir verboten mit fremden Leuten zu reden Zusammen mit Susan nimmt Max den Kampf gegen das Syndikat auf Max, steig ein! Ich suche nach einem Mann Der heißt Max 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 Gegner sind skrupellos und unberechenbar Hier geht hinten rum Und sie kennen seine einzige Schwäche Susan Als Susan entführt wird, kehrt Max zurück in den Ring und die Abrechnung beginnt Max, willkommen! Ich warte schon lange auf den Kämpfer, der mir gewachsen ist Es ist vorbei Endlich vorbei Nun können wir heimgehen Blatt feint vor Der Tag der Abrechnung